Okay, wir machen mal wieder einen Teilbarkeitsbeweis, und zwar folgenden. Es ist zu zeigen, für alle a aus z gilt 1 teilt a. Die 1 ist ein Teiler jeder ganzen Zahl. Na gut, an der Stelle können wir uns vielleicht überlegen, was bedeutet eigentlich noch mal Teilbarkeit. Also eine Zahl b teilt a, genau dann, wenn ein q aus z existiert, sodass b mal q gleich a ist. Also wir müssen eine ganze Zahl finden, derart, dass das b mal dieser ganzen Zahl gleich a ist. Wir wollen zeigen, dass 1 a teilt. Also letztlich müssen wir eine ganze Zahl q finden, die an 1 ran multipliziert a ergibt. Also wir müssen eine Zahl q finden, irgendeine Zahl, die an 1 ran multipliziert a ergibt. Naja, und das ist gerade a. Also, wir können a immer als Produkt schreiben von 1 und einer ganzen Zahl, in diesem Fall eben a. Das heißt, a ist immer darstellbar als Produkt von 1 und a, also einmal a. Insofern kann man sagen, okay, 1 teilt a. Dann kann man hier. Also, wir können noch eine Zahl gartezeit dar. Okay, ich bin drauf.